Das verheerende Erdbebe in Türkei und Zürien lässt eine uralte Frage mir wieder aufkommen. Warum? Mein Name ist Christine Sieber, ich bin Pfarrerin zu Untersehen im wunderschönen Berner Oberland. Schön, seid ihr heute dabei beim Kraftfutter. Wir geniessen gerade eine Schönwetterphase. Wir können gleich scheinen und gleich die Sonne geniessen. Und daneben das Elend, die Zerstörung, das Leid. Gerade besonders bei Menschen, die sowieso schon schlecht dran sind. Als Flüchtling, Zürich im Unruhegebiet oder arme Menschen in schlecht gebauten Häusern in der Türkei. Es ist gerade der Gegensatz, der bei mir wieder die altbekannte Frage herauskutzelt. Warum? Natürlich gibt es wissenschaftliche Antworten. Die tektonischen Platten, die in diesem Gebiet aneinander treiben, die unter Spannung gestanden sind und es eigentlich klar war, dass es irgendwann ein grösseres Erdbeben gibt. Die Häuser, die nicht erdbebensicher gebaut sind und darum zusammen fallen wie Kartenhäuser. Es gibt auch politische Antworten. Wegen dem Unruhegebiet Zürich heisst die Hilfskräfte besonders schwer, überhaupt dorthin zu kommen. Wegen der diktatorischen Herrschaft vom Erdogan in der Türkei ist die Versorgung mit Hilfsgütern schwierig. Aber wenn man die menschlichen Schicksale sieht, gibt es eben doch keine richtige Antwort. Ich habe in einem Beitrag eine Frau gesehen, die gesagt hat, es ist furchtbar, aber die Schuld ist nicht der Präsident. Das Erdbeben hat uns Gott geschickt. In der Bibel gibt es viele Stellen, wo ein grosses Unglück damit erklärt wird, dass Gott die Menschen bestrafen will, weil sie nicht nach dem Gesetz von Gott leben. Das könnte man heute auch herziehen und sagen, die Menschen zerstören die Erde, statt sie zu schützen. Und darum bestraft Gott uns. Aber wenn es so wäre, warum würden dagegen die Ärmsten am meisten bestraft, die, die am wenigsten dafür kommen? Noch ein viel wichtigeres Thema in der Bibel ist, dass Gott auf der Seite der Armen steht, auf der Seite derjenigen, die sich sonst nie mehr einsetzen für sie. Für die Verschiebung der tektonischen Platte kann Gott nichts. Und es ist nicht richtig, Gott das in die Schuhe zu schieben, die mehr Menschen selber verhärgert haben, wie zum Beispiel Klimaerwärmung. Fakt ist, dass natürlich eine Naturkatastrophe die Ärmste am meisten bricht, weil sie in schlechten Häusern wohnen, weil sie schon unter normalen Umständen um das Überleben kämpfen. Dann verliebt es nichts mehr. Und was mache ich jetzt mit dieser Frage? Warum? Ich kann es auch nicht beantworten. Aber Kraft gibt mir in dem Moment, dass es auch zu anderen gibt. Leute, die mit Blasen Händen verschüttete Ausgraben. Menschen, die aus der Schweiz mit Spürhunden Leute suchen. Leute, die sich auf irgendeine Art dafür einsetzen, dass es besser wird. Auch sie können nicht zaubern. oder sie wird die Welt nicht einfach von einem Moment auf den anderen eine super Welt. Aber sie kann immer wieder kleine Wunder bewirken. Schön, dass es sehr viele Menschen gibt.